Herzlich willkommen zu dem speziellen Video, was dieses besondere Instrument angeht. Es ist ein vierventiliges Flügelhorn. Das vierte Ventil ist ein Quadventil. Ich habe in einem anderen Video schon erklärt, wie man damit im Bassregister spielen kann und was man noch alles damit erreichen kann. In diesem Video geht es darum, wie man das Grundinstrument für professionelle und zeitgenössische Musikeffekte und Spielweisen erweitern kann. Das geht natürlich nicht alles kostenlos, aber die Möglichkeiten sollen zum Beispiel mal hergestellt werden. An diesem Instrument ist die einzige Erweiterung ein Stimmhebel am ersten Ventil. Das kann ich mal in einem anderen Instrument zeigen. An diesem Instrument ist auch ein solcher Stimmhebel am ersten Ventil aber nachgerüstet worden. Das ist das Instrument von der Firma Blessing. Das hat in der Grundausrüstung weiter gar nichts. Es hat keinen Haltering, es hat keinen Halterhaken, es hat keine Intonationsmechaniken, keine Stimmhebel, es hat weiter gar nichts. Das ist sicherlich auch die billigste Variante, was nicht heißt, dass das Instrument ein schlechtes Instrument sein soll, sondern das heißt nur, dass man alles weitere extra wünschen muss, extra bezahlen muss. Es empfiehlt sich sehr, dass man eben auch, wie an Trompeten üblich, Intonationsmechaniken hat. Wie die nun konfiguriert sind, erstes, zweites, zweites nicht, drittes, viertes, drittes und viertes, das kommt so ein bisschen auf den Hersteller an und wie man das mechanisch umsetzen kann. Davon abhängig ist eben auch, ob wie an diesem Instrument der erste Ventilbogen nach unten geht oder wie an diesem Instrument der erste Ventilbogen nach hinten raus geht. Das wirkt sich sehr auf die Mechanik aus, wie die Hebelmechanik, die Umsetzung, der Weg dann übersetzt wird, vom Druck zum entsprechenden Rohr. Wenn also keine Intonationsmechaniken an einem Instrument sind, dann kann man sich überlegen, lasse ich die nachrüsten, ist das technisch mit welchem Aufwand machbar, was wird mich das kosten oder bestelle ich gleich ein Instrument, bei dem das schon eingebaut ist. Sinnvoll ist es auf jeden Fall. Hier ist der ganze übrig gebliebene Metallrest zu sehen, der ab muss, wenn man sich die Röhren entsprechend umbauen lässt, damit man am ersten Ventil einen Stimmhebel haben kann. Dieser Stimmhebel macht sich im Bassbereich recht wenig bemerkbar. Ich brauche ihn definitiv für das F. Das ist der erste Halbton unterhalb des tiefsten Trompetentons. Wir kennen das. Und da drunter der erste Halbton. Der ist grundsätzlich zu hoch. Und den kann ich jetzt wunderbar mit dem Stimmhebel nachintonieren, ohne zu sehr mit dem Ansatz runtergehen zu müssen. In der Höhe macht sich der Stimmhebel viel mehr bemerkbar, weil ja das Rohrverhältnis auch entsprechend immer kleiner wird von den jeweiligen Griffen, die ich nutze. Im Bassbereich hingegen fast gar nicht. Damit soll gesagt sein, dass auf jeden Fall ein Stimmhebel am ersten Ventil sehr zu empfehlen ist. Ich glaube, eine der wichtigsten Erweiterungen an dem Instrument selber, und zwar für jedes vierventilige Flügelhorn, ist eine Daumenhalterung, wie ich sie hier angebaut habe. Das ist quasi patentwürdig. Ich habe mal mit einem Ingenieur gesprochen, nur lohnt sich die Anmeldung eines Patentes eben überhaupt nicht. Erstens, es ist 2.000 bis 3.000 Euro teuer. Man wartet zwei Jahre drauf, bis man den Zettel in der Hand hat, Patent. Und es lohnt sich nur in der Massenproduktion. Die Daumenhalterung allerdings wird an Flügelhörnern mit vier Ventilen verbaut. Ja, wie viele werden davon pro Jahr hergestellt? Keine 100. Und wer kauft sich die? Das ist ja auch nochmal die Frage. Flügelhörner kaufen sich meistens ohnehin nur Jazzmusiker und ganz wenige Profis im Orchesterbereich. Schon gar nicht mit vier Ventilen. Wenn man aber eins mit vier Ventilen hat, dann ist dieser Ring, den man abschrauben kann, besonders ratsam. Ich zeige mal, warum. Normalerweise muss ich das Flügelhorn mit der linken Hand anders festhalten. Die falsche Handhaltung ist so. Wenn ich das vierte Ventil mit dem Zeigefinger der linken Hand spielen möchte. Die bessere, wenn nicht sogar richtige Handhaltung ist dann aber so. Viel bequemer, entspannte Haltung, Finger ist senkrecht. Und wenn ich sowieso den Daumen hier schon habe, dann kann ich mir eine solche Schraube, eine Ringschraube schweißen lassen. Metallschraube nehmen, Ring nehmen lassen, da geht man in irgendeine Autowerkstatt und lässt sich diesen Ring an die Schraube schweißen. Und beim Trompetenbauer lässt man sich den Rest machen. Man lässt sich hier ein Klötzchen einfräsen mit einem Gewinde drin, das wird dann reingeschnitten. Und dieser Ring wird dann da reingedreht. Ganz wichtig bei dieser Veränderung, dieser Ring darf nicht festgelötet werden. Der Ring darf nicht starr sein, denn dann passt das Instrument nicht mehr in den Koffer oder auch nicht mehr in die Tasche, weil einfach hier ein Abstand hinzukommt. Und außerdem, das merkt man vor allem beim Spielen nicht in Klammern, wenn der Ring erstmal drin ist, bleibt er ja beweglich. Er passt sich also beim Spielen der Hand an. Und ich merke deshalb beim Spielen eigentlich nicht, wie ich die Hand halte, obwohl der Finger für das vierte Ventil immer senkrecht ist. Ich kann den Daumen so halten, ich kann den Daumen so halten. Das ist sehr angenehm für die Hand. Und das Tolle an diesem Haltering ist ja, ich hänge das Instrument einfach nur am Daumen auf und muss gar nichts weiter machen. Ich muss nicht mehr festhalten, ich muss nicht mehr greifen. Ich brauche nur noch die Finger reintun und das Instrument abstützen. Ohne Kraft kann das Ventil mit dem Zeigefinger spielen. Und das meiste Gewicht ist dann auf dem Handballen, auf dem Daumen sehr angenehm. Zusätzlich mit der rechten Hand jeweils, wie man das Instrument gerade halten möchte. Mit Stimmhebel oder ohne Stimmhebel. Das wäre also die Erweiterung mit dem Daumenring. Nun habe ich aber aus Unzufriedenheit bestimmter Möglichkeiten, die das Instrument für mich nicht bietet, mir noch überlegt. Ja, was mache ich da mit dem Halterhaken? Die Instrumente, die einen Halterhaken haben, und ich zeige nochmal das andere, haben den Haken so montiert, dass ich die Wahl habe, ob ich das Instrument so halte und das Ventil mit der linken Hand spiele oder ob ich umgreife am Haken vorbei und alle vier Ventile mit der rechten Hand spiele. Ich habe in einem anderen Video schon erklärt, dass ich davon dringend abrate, dass man das nicht machen sollte, das vierte Ventil mit dem kleinen Finger der rechten Hand zu spielen. Dieser Haken hat aber einen Nachteil. Wenn ich einhändig spielen möchte, ich sage gleich wozu, ist der ja da drin, der Finger. Ich kann dann das vierte Ventil nicht mehr spielen. Also muss ich mir eine andere Lösung überlegen. Das ist im Detail gezeigt ein Ring. Der Ring ist genau vor das vierte Ventil gelötet worden. Dieses Instrument hatte ursprünglich keinen Ring. Und mit dieser Modifikation kann ich den kleinen Finger nicht nur zum Halten benutzen, so, sondern ich kann gleichzeitig auch das vierte Ventil spielen. Das geht zwar nicht besonders gut, aber es geht überhaupt. Das heißt, für bestimmte Musikpassagen kann ich das vierte Ventil immer noch benutzen, habe die linke Hand frei und kann alle anderen Ventile auch noch spielen. Das geht nur mit einem Ring. Nun kennen wir nun aus der Trompete, was man da auch mal Dämpfer benutzt. Normalerweise spielt ja kein Mensch einen Flügelhorn mit einem Dämpfer. Ich komme aber vor allem von der neuen Musik her, von der experimentellen Musik her, aber auch aus dem Jazz-Bereich. Da denkt man sich ja, Klangfarben, experimentieren wir doch mal rum. Der gute alte Klo-Pümpel, als Plunger. Das ist jetzt möglich. Probieren wir mal die Probe aus Exempel. Flügelhorn mit Haken. Viertes Ventil fehlt. Plunger-Dämpfer. Wunderbar. Aber ich verzichte eben auch auf die Nutzung des vierten Ventils. Eine weitere Möglichkeit, das Instrument zu modifizieren, um noch mehr Spielmöglichkeiten zu haben, ist, dass man aus dem Quadventil mindestens ein Tritonusventil oder vielleicht sogar ein Quintventil macht. Ich habe in einem anderen Video folgendes erklärt. Man kann einen Ton nicht spielen. Das ist das Cis oder das Des oberhalb des ersten Naturtones. Der erste Naturton klingt so. Und wenn ich von oben abwärts spiele, Dann fehlt da ein Halbton. Und den kann ich nur spielen, wenn ich Zusatzröhren einbaue. Und das zeige ich mal im Detail. Und das ist das ZD. Hier sieht man das mal im eingebauten Zustand. Ich spiele jetzt mal nur den Grundton plus viertes Ventil. Wenn man genau hinhört, dann wird man feststellen, dass man in der oberen Lage den Tritonus schon fast an die Quinte angenähert hat. So groß ist der. Warum ist das ein Vorteil? Nun, meine Grifftabelle, die findet ihr in der Beschreibung des Videos unten. Deswegen, da ist es so, dass das Quartventil ja über den gesamten Tonumfang verwendet wird und alle Griffe drinstehen. Dasselbe habe ich aber auch gemacht für das Ventil, wenn es als Tritonusventil bzw. Quintventil umgebaut worden ist. Warum? Weil nämlich der fehlende Halbtonschritt jetzt spielbar wird. Jetzt habe ich keine einzige Lücke mehr. Ich spiele jetzt mal mit dem umgebauten Flügelhorn durch Zusatzröhren alle Griffe abwärts bis runter zum ersten Naturton. Das klingt so. Da war er. Nochmal zum Vergleich. In diesem Falle habe ich auch noch den ersten Stimmhebel hinzugenommen. Wenn man den nicht dran hat, ist es auch nicht das Drama. Jetzt ist durch diese Verlängerung des Gesamtrohrs so lang geworden, dass ich den fehlenden Halbtonschritt oberhalb des ersten Naturzons, Cis oder Des, gut spielen kann. Durch Greifmechanik. Er ist im regulären Repertoire, kann man sagen, aller Töne mit drin. Ich spiele es nochmal. Und so weiter. Jetzt habe ich kein Problem mehr, diesen fehlenden Halbtonschritt noch einzubauen. Entscheidend ist nur, dass man weiß, wie man das am Instrument umrüsten kann. An diesem Instrument wäre der gleiche Umbau möglich. Ich gehe einfach zu meinem Trompetenbauer. Der schneidet mir die Röhren entsprechend passend ab. Dann baue ich die hier ein. Und dann habe ich aus der Quarte einen Tritonus oder eine Quinte gemacht. Kein Problem. Es kommt also da etwas auf die Bauform an, wo man diese Zwischenröhren einbaut. Damit man sie dort im Quadventil unterbringen kann. Das muss passgenau sein. Wenn ich jetzt hier rausziehe, geht das so gerade. Ja, also das ist etwas knifflig. Aber es funktioniert. Das wäre die letzte Modifikationsmöglichkeit an einem vierventiligen Flügelhorn. Das wäre die letzte Modifikation. Vielen Dank.